guten tag ich weiß nicht ob das so komplette fehlernamen sind aber hier werden wir sehen können das bei grün also scheint doch alles in ordnung zu sein ich drücke aber jetzt noch mal auf den knopf moment jetzt ich gebe bescheid wenn er fertig ist da war schon mal was mit der mitte mit 14 aber das glaube ich weniger oder aber kann sich ja nicht sicher sein das ist schon eher wahrscheinlicher aber hier ist es eher oben es scheint doch nicht so normal zu sein oder ich war mit der auf orange ist aber ja alles dokumentiert steht die marke dankeschön aufnahme beendet diese ein minuten aufnahme